Hallo zusammen, begrüße euch zum nächsten Trailer am 05.07.2020. Es ist Sonntag um kurz vor 13 Uhr. Ja, ein paar Sachen aus dem SGB2 Newslettern, aus der Szene und am Schluss nochmal ein Lied von Estas Tournee. Und zudem auch noch ein kleines Video über so eine Himmelserscheinung, habe aber nicht ich gemacht, sondern kam von der Diana. Wer es denn schauen hören möchte, sehr gerne bei auf Bitschut VK, die sich den Trailer bei Webnews TV anschauen, bitte den entsprechenden Link kopieren in die Browserzeile ab damit und dann hoffentlich bis gleich. Tschüss.